Hallo liebe Freundinnen und Freunde, ich bin in meiner Lieblingsabteilung von meinen Lieblingsgeschäften. Ja, meine Fräulienchen und mein Herrscher sind mit mir in die Baumarkt. Aha, die sind in den Bauparkt und die haben eine riesiges, eine riesiges Abteilung für Hunde, für Knapper, Futter und Katze, Katzige Dings und Gedöns und für Hase und für Vögel und für alles drum und dran. Und ich bin jetzt in die riesige Abteilung für die Hunde. Ha, ja. Und diesmal haben sie mich in das Ventureing gesetzt. Ich finde das blöd, aber meine Fräulienchen hat gesagt, an der Fall müsste sie viel auf mich aufpassen und das wäre also nicht gut. Aber sie bringt mich mit der Karre ganz nah an die Sache dran Und das, was ich antipsele, das kriege ich. Hat sie mal verspricht. Wow, und ich werde ganz viel antipsele. Aha, aber garantiert. Dumm ist nur, dass sie mich nicht überall hinschiebe tut. Da komme ich nicht überall dran. Aber zwei Sachen habe ich schon in die Einkaufswaage bei mir. Ja, zwei Sachen sind schon drin. Und da kommen garantiert noch zwei Sachen drin. Aber sie hat gesagt, sie muss Platz haben, noch für die Blümcherin zu setzen. Boah, Blümcher, Blümcher, Blümcher. Ja, da sollte die Blümcher doch unten drunter stellen auf die Karre. Dann habe ich auch mehr Platz. Also, Freunde und Freundelines, wenn eure Leute in die Baumarktes gehen, müsst ihr mal gucken bei euch, ob die auch so Abteilungen haben. Aha. Nicht, dass die euch draußen in die Autositze lassen oder gar nicht erst mitholen. Wenn die meine Leute in die Bauparkt gehen, muss ich mit. Jawohl, das ist Pflicht. Ja, das machen die auch. Okay, ich freue mich auf euch. Könnt ihr mir ja mal erzählen. Ja, bis dann. Tschüss, euer Verwöhnter Berlin.